So, herzlich willkommen zurück zur vierten Folge XCOM. Ich muss noch kurz gucken wo wir waren. New Soldier, Satellite, Arc Thrower, Baracken. Die letzten Folgen habe ich leider am Stück aufgenommen und das hier nicht. Schilly Holmes. Kuppi ist immer noch 14 Tage verletzt. Robert IV noch 6 Tage. Alles klar. Bender Line 2, Chris Ripperman. Schilly Holmes nochmal 3. Fällt mir eigentlich noch jemand? Dann kommt hier noch eine Lüdy Gansauge rein. Die von der ich jetzt rede, die weiß schon, dass sie gemeint ist. Nachs Gesicht lasse ich einfach so. So. Nein. Es ist doch schlimm, dass man sich nicht drehen kann. Ähm. Sieht ja ganz gut aus. Kann ich sie hier drehen? Nee. Kann ich auch nicht. Na egal. So. Habe ich noch Medals, die ich vergeben kann? Nein. Dann Mission Control und scannen. Ja. Raven ready. So. Mal kurz gucken. Ju Memorial. The Lion. Guck mal. Desert Fox ist noch tot. Der fehlt noch. Penny. Das ist wie eine Frau. Ah, hier. Keine Ahnung mehr, ob ich jetzt, wie ich das vergeben kann. Ich lasse ihn mal einämlichen. So. Das auf jeden Fall so. Oh, war ich schon durch. Weiß nicht mehr, was Desert Fox hat er für einen Helm. Puh. Ich halte jetzt den. Oder kriege ich den anderen Helm. Was sind die alten Helme? Es kommt noch mehr alte Helme, oder? Dann geht er an den. So. Satelliten in drei Tagen. Commander. Wir tracken mehrere reported abductions via the hologlobe. I've got the coordinates locked in. Wir haben hier... Sü... Afrika. Asien. Was ziemlich kritisch aussieht. Gerade so da. Und wir haben Südamerika. Asien. Oh. Kann ich zwei Leute in Asien? Südamerika. Kann ich im Bett knicken? Afrika. Ist auch nichts Schlimmes. Wir Asien nehmen müssen auf jeden Fall. Eien Abductions. China. Habe ich nicht schon Engineers? Build Facilities. Ne, ich kann ein Labor bauen, aber okay. Alles klar. Dann passt das sogar perfekt zusammen. Was ist da? Was ist da? Ja, China. So. Ben the Lion. Chris Repo Man. Chris Repo Man. Chris Repo Man. Aber die gleichen Farben. Ich muss noch kurz meine Farbe verändern. Ich bin schwarz gegeben beim zweiten Mal. So. 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 Ich glaube nur einmal Medik ist noch genau. Na. Schlecht. 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 Ich muss echt aufpassen. weine ab. And we turn to the base. Mach' ich nicht noch einmal. Schlecht. Ach, das ist schon mal ne alte. Ja. Die habe ich noch nie gemocht. Muss ich eigentlich sagen. Solid Copy Big Sky. Strike One is clear to engage. Der erste Supporter hat keine Medikett dabei. Jetzt hat mein Assault Medikett dabei als einziger. Heia. Heia. Volle Deckung. Ich geh mal lieber dahin ran. Was meinst du vor, den ich vielleicht nicht dahin ran lassen soll? Naja. Es scheint ja schon mal nix zu sein, großartig. Natürlich hat sie jetzt Kontakt. Hm. Er auch damit. Und wir einfach schießen. Au. Komm. Sehr gut. Ausgeschaltet. Die darf ich jetzt mal selber heilen. Position bestätigt. Der hat so in Sichtfeld gekommen. Oh. Schön, es ging daneben. Puh, wenn ich den jetzt vorziehe, finde ich das gar nicht lustig. Ich glaube, das ist eine volle Deckung, das ist schön. So, das hat dann für eine Genauigkeit. 15%, hätte schon 30. 32, jetzt nicht so viel mehr. Shit. Nächstes Mal kriege ich ihn. Okay, dass der nochmal zurückschießen kann. Bin ich nie so scharf drauf. Auto rechts explodiert die nächste Runde. Bop, 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 bomm. Wo gehe ich denn hin? Ja, da, glaube ich. Rotfetter. Bop, bop, bop. Bop, 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 bop. Ohne meine guten Schützen sind die Missionen deutlich schwieriger. Bop, bop, bop. Bop, 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 bop. Bop, 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 bop. Schön alle auf Overwatch gehalten. Wenn ich schon die Ehen höre. Der kann bloß bis dahin blöderweise. 3 Runden werden wir vielleicht noch nicht kriegen 48 hat immer eine ganz gute Zielwahrscheinlichkeit bei denen da vorne stehen zu lassen hab ich keine Lust drauf noch weiter vorziehen wenn dann glaube ich nur hier an dem großen Fahrzeug lang wenig gesehen werden kann oh doch gerade ein Schritt zu weit shit in Bewegung oh shit komm ich nicht weit genug dann gehen wir da hin aber der hat jetzt mal ne Shirley Holmes von der Seite gut er schießt nicht sehr gut boah damit war es das wieder mit Reaperman ne ja äh meine selben Kanonenfutter das ist das ist doch scheiße oh da sind noch mehr shit 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 das ist 2177 komm mach ihn weg bitte ich muss mir mehr Deckung geben hier ich muss mir mehr Deckung geben hier äh äh Reaperman es tut mir echt leid ich so mit ihr umgehen muss kann ähm tu halt treffen die auch besser wenn die wenn die so buff sind ich verstehe doch nicht so richtig 93 rotflint ins Gesicht sag ich mal die ist erledigt klop 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 klopp klop 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 klop! Oh, der Truck geht hoch. Oh, der vorhin angeschossen, ja. Ist es verloren? So, jetzt kriegst du mal was von der Seite, jetzt musst du mal was wegmachen. Oh, der ging auch Overwatch, fuck. Oh, ich bin vorbei. Danke Gott. Oder der Zufallsgenerator. 84, komm. Voll. Und wieder einen verloren, also ich habe irgendwie gerade im Durchschnitt einen verloren pro Runde. Ach, Mist. Ich bin Sniper Promoted. Das passt ja. Reboon 2, tut mir leid. Danke, das war dann die vierte Folge. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis bald. Und wieder ein fremd. Untertitelung des ZDF, 2020